Der Komfortgedanke bei der Schaufelrückführung ist natürlich für mich, dass wenn ich beispielsweise auf einen LKW abgeladen habe und danach wieder in die Getreidehalle fahre, drücke ich einfach den Knopf der Schaufelrückführungsautomatik und meine eingespeicherten Positionen werden automatisch angefahren. Die Speicherung der Schaufelrückführungsautomatik ist relativ einfach und sehr intuitiv, indem ich einfach meine gewünschte Position anfahre und den Knopf der Schaufelrückführungsautomatik für drei Sekunden gedrückt halte. Danach wird automatisch eine Lampe angezeigt, indem die Position neu abgespeichert ist.